Heute Mittag habe ich meine Jungs überrascht und die haben sich richtig gefreut. Die haben nämlich gedacht, ich komme die erst heute Nachmittag holen, aber ich habe sie direkt von Schule und Kita vor dem Mittagessen abgeholt. Und dann sind wir erstmal schön Mittagessen gefahren und es hat richtig lecker geschmeckt. Anschließend ging es in den Schuhladen, denn beide brauchten für Schule als auch Kita neue Hausschuhe. Die alten sind einfach wirklich schon super lange in Gebrauch und die haben einfach nicht mehr richtig gepasst und waren auch nicht mehr schön. Und während sich der Große natürlich Minecraft ausgesucht hat, weil er das am besten findet, hat der Kleine sich so richtig coole Antra ausgesucht. Und als wir gerade gehen wollten, haben wir noch so richtig coole Minecraft Sneaker gefunden, die gab es allerdings nicht in der richtigen Größe, die haben wir dann bestellt. Und als letztes ging es dann noch in Kaufmann einkaufen, denn ich wollte Kochbananen mitnehmen, um Tostones zu machen. Wenn ihr das Video sehen wollt, macht übrigens das Plus weg, das kommt heute Abend. Nach dem Einkaufen sind wir nach Hause gedüst und haben wirklich erstmal ganz in Ruhe entspannt zusammen. Übrigens strange, dass es im Kaufland spanische Fanta gibt. Und während die beiden jetzt langsam ins Bett müssen, weil wir morgen echt früh raus müssen, werde ich heute Abend auf jeden Fall noch Fußball gucken.